Ich habe Valencia schon gehört. Na, weiß nicht. Flo und ich spielen jetzt 19 Sekunden. Löffel. Gabel. Messer. Thermomix. Teller. Salzsteuer. Topf. Pfeffersteuer. Na, weiß nicht. Okay, jetzt haben wir das Spiel auch verstanden. Nein, das war nicht so gut. Das war Testrunde. Das war's. FC Barcelona. Real Madrid. Atlético Madrid. Getafe. Valencia. Real Sociedad. Español Barcelona. Valencia. Sevilla. Villabao. Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid. Tuna. Elche. Elche. Ist Elche richtig? Weiß ich jetzt nicht. War Valadolid richtig? Aber ich hätte wasern müssen. War Valencia schon, ne? Hast du schon gesagt? Ja, ich hab Valencia schon gehört. Valencia. Ah. 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 NRW. Niedersachsen. Bayern. Berlin. Baden-Württemberg. Sachsen-Anhalt. Brandenburg. Hamburg. Bremen. Saarland. Scharmelang. Boah. Was fehlt. Thüringen. Schleswig-Holstein. Wow. Mesodöse. Chris Gramo. Benny Höwedes. Mertesacker. Manuel Neuer. Müller. Jerome Boateng. Götze. Schürde. Beidenfeller. Eric Dürm. Ginter. Skoda Mustafi. Ja, also das ist mit diesem Timer. Ist es 2-2? Ja. Entscheidungsspiel? Nee. An Bäumen. Die haben Bäumen. Äpfel. Pflaumen. Kirschen. Haselnüsse. Orangen. Walnüsse. Pfirsiche. Bananen. Korpusnüsse. Ja, glaub ich's denn. Aber war richtig, oder? Ich wusste nicht. Ich weiß auch nicht. Wenn's 110 Sekunden gelaufen ist und auf einmal die Zeit daneben noch gelaufen ist, dann wurde man doch nervös. Am Ende hat er glücklicher gewonnen. So ist das Spiel. Das war 19 Sekunden mit Marvin und mir. Wenn ihr weitere Folgen sehen wollt, dann lasst gerne ein Like da und folgt dem Borussia YouTube-Kanal. Wir lieber deine Video-Assise. orPLE При H